Ich weiß nicht, dass ich für alles bin, was ich sehe. Heute sind wir in der Stadt wieder rein. Und hier hat es in der Stadt seinen Heimat. Ein wunderschönes Tonnet aus Tepon. Gebauts Tepon. Wir haben uns ja noch ein Deppstoff mit dem aus dem Baumarkt. Aber wir werden als Quick-Schallweite unterhalten. Das Agrarpunkt zum Beispiel. Das ist die 6mm-Version von Tepon. In der man wirklich wunderbare Modelle baut. Und hier mit dem EMH. Das hier in den Einsatz gekommen ist. Die steht in so ein schönes Modell. Ein Heimat. Schön angestimmt. Dankeschön. Wir da alle. Fast schon zu groß. Aber da sind wir da wieder mit einem wunderschönen Wind. Zuernd sind hier kein Problem. Und auch im Stadt. Mit besonders kurzer Strecke. Da ist es schon so gut vor der Tür. Ja. Dieser Motor hat richtig krank. Also draußen macht der schon was nicht. Da ist man schon ganz schön flott unterwegs. Da kann dieses Modell nicht voll mitnehmen. Südl kann man natürlich auch mit dem Modell. Und das bereist für mich. Das ist eine tolle Wunsch-Kartage. Da braucht man wenige Meter wieder mitzukommen. Ja. 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 Nein. Das ist so lange die physische 같은데 von Feder. Das ist im ordentlichen Resort食べ. Der erste Out von Martin Gerhardt und Albein ist sein Partner hier bei uns auf der U-Mail-Pro-Face 2017. Es trägt schön die Tollbock aus, der in den U-Mail-Charles zu verlegen. 21 Jahre ist die U-Mail-Pro-Flicht seit dem 9 Jahre alt. 21 Jahre alt. Die wir uns in der U-Mail-Pro-Multi-Plex. Und der angesehener Gast hat zahlreiche Geschäfte. Und er geht jetzt selbst im Aus-Demon und Albein. Der Wunderspiel, der in den U-Mail-Pro-Flicht, verletzt. Der Wunderschön, wie in dieses Moment die U-Mail-Pro-Spieg zu. Der hier das Stich von besten. Und schaut euch hier, da ihr seht, wie es schon ziemlich schön da drin ist, die hat in der Gemeinde an dem ich bin, ja. Wenn ihr wieder guckt gerade größer, dann denkt ihr uns noch mal, die sind gut standigenschaften, die es so ist. Und wie kein Problem ist außeneinander, gleich heraus, kann einen zurückkriegen, wie ich soll euch so denken, die PA-18, von Martin Erhard. Da ist jetzt gearbeitet, hier ist der Kollege von der Knochenhaus für den Martin Erhard. Super, danke schön. Vielen Dank. Und willkommen nun auch zu unseren Freunden aus Scherling. Jetzt der Freaker hier im Himmel. Jetzt geht's in Rot. Jetzt werden wir auf dieale Leipf drills in Rot, und ich mache рисchen, wie wir hier sind nicht girken, wir wollen in Rot.